so moin liebe angelfreunde und herzlich willkommen zur heutigen session stimme ich heute mal hierhin sehr schön so ja herzlich willkommen schön dass ihr wieder eingeschaltet habt es ist ein toller spot heute geteilt worden ein spot der wie ich erstens gehört und zweitens auch irgendwie schon gewusst habe schon eine weile bekannt ist der aber für mich persönlich bisher nie so den stellenwert entwickelt hat den es heute gab denn wir waren heute unterwegs auf 41 metern und ganz konkret nicht einfach irgendwo sondern hier in diesem oberen linken zipfel drin denn da soll es aktuell sehr gut auf kleinfische laufen und das habe ich heute auch mal versucht und ich würde behaupten das kann man kann man sagen es wurde angekündigt dass da der hering gut laufen soll der die boy alias heiliger lachs wenn ich das richtig gesagt habe ich hoffe ich habe es richtig gesagt immer schnell nachgucken zur sicherheit aber ich glaube es war der heiliger lachs genau so heißt aber uns auf dem discord der hat nämlich da gepostet er hat auf 20 meter gepilgt und hat dort die hering trophy gezogen jawohl leute und das ist natürlich für sich genommen schon echt eine coole leistung und da mich das sehr interessiert hat in dem moment als ich das gehört habe habe ich gedacht ja packst du mal deine sachen du machst das auch mal sachen packen heißt in dem fall ein setup aus großer poseidon und albacore ehrlich gesagt mich wunderts gerade selber aber ich war zuvor mit der poseidon unterwegs ich habe die einfach nur umgerüstet ihr könnt natürlich auch kleinere ruten und rollen nehmen gar keine frage denn wir haben ja hier auch nur 36 kilo equipment wir haben eine schnur und wir haben einen schock leader auf monophiler basis für 36 kilo ich habe hier noch einen dick meister drauf der ist einfach so geblieben mit einem ui u1 treble 20 ihr könnt ihr auch natürlich anders wählen dann noch ein zusatz haken 20 von aberdeen mit einer roten perle dit wars hier oben und dann hier unten 30 30 30 mit verschiedenen perlen auf immer demselben real shrimp nämlich dem 650 3er und der hat nämlich auch sehr interessant gefangen und nämlich hering so um euch jetzt nicht weiter auf die folter zu spannen vielleicht noch kurz ein hinweis da das nicht ganz richtig ist tatsächlich ist mir gerade aufgefallen ihr könnt nämlich hier am besten erst einmal mit marlin series angeln 30 ist kein witz ich habe damit angefangen ja ich habe damit angefangen und ungeachtet des ergebnisses am ende waren die besser das heißt ihr wisst nicht wie das ergebnis aussieht ihr wisst aber dass die marlin series besser gefangen haben gut vielleicht lag es daran dass wir damit die erste stunde und mit den aber die die zweite stunde bestritten haben aber die info möchte ich euch auf jeden fall nicht vorenthalten also wenn ihr anfangen wollt hier und das ganze zum ersten mal testen wollt dann macht marlin drauf statt aber den denn die sind im verhältnis schon mal besser gewesen jetzt aber direkt rein ins abenteuer viel spaß let's go ich werde mich mal hier abstellen und sagte mir nordwestliche spitze aber dadurch dass wir jetzt gleich 18 uhr haben und die ebbe ihren hochpunkt hat und wir danach in die flutphase übergehen und sowieso hierhin getrieben werden lassen wir es einfach so stehen lassen wir es einfach so stehen wir werden schon von alleine in die richtung kommen auch wenn wir ein bisschen gegenwind von nordwesten haben aber ich denke mal wir kommen an der stelle an so wir gucken mal rein nachts soll es hier nicht so gut sein von der frequenz ich habe aber durchaus fänge gesehen lassen wir uns überraschen ihr wollt schon der erste rangehen hat es dann doch sein lassen gut wenn wir mal auf 20 metern stop rein testen das ganze erster biss ganz gemütlich nach oben und wir starten mit einer makrele von 154 gramm nicht ganz so hübsch anzusehen aber für den fall dass jemand einen toten köderfisch braucht da war einer wir fahren fort mit einer besseren makrele von 700 gramm wenn ich die gegenüber stelle dann kann ich sagen die kann weg denn die sieht definitiv besser aus hier 16-jährige in einer stunde perfekt will ich auch haben ich will auch abgegangen schade guck mal hier 154 gramm sardine ist aber auch eine sehr stattliche größe nicht mehr viel bis zur trophäge fehlt tatsächlich sehr schön sehr schönes teil das ist auch ein guter druck hier gerade immer weiter mit 900 gramm makrele sehr gut die größen sind wirklich in ordnung wieder ab schade wir lassen weiter absinken gehen natürlich auch viele wieder raus von den fischen die dran sind aber dafür sprechen wir eine große bandbreite an ist gut zu wissen ok die sardine lassen wir drinnen die ist ein bisschen klein aktuell drei minuten vier fische wobei wir hatten schon deutlich mehr fische aber die waren alle untermaßig die haben wir weggelassen das heißt von der reinen frequenz ist der spot schon mal top jetzt müssen wir nur darauf achten dass wir die maßigen alle mitnehmen genau die maßigen sagte ich das fühlt sich gut an da kriegen wir herring mit 267 gramm herrschaften sehr gut der allererste nach nicht mal fünf minuten das macht laune ja guter widerstand und nochmal 185 gramm herring sehr gut sehr gut sardine makrele herring sie sind da noch ein herring direkt hintereinander 300 gramm wow jawollo herrschaften das sieht gut aus das verspricht potenzial allein wenn man über die preise eines herrings nachdenkt wird der gut zahlen der spot davon bin ich überzeugt sehr schön wann ist das schon mal passiert dass ich drei herringen in folge gefangen habe ich kann mich nicht daran erinnern wahrscheinlich noch nie sehr gut ich habe sie wohl schon gesucht aber nicht so frequent hintereinander gezogen die sardinen lassen wir wieder frei die muss jetzt nicht unbedingt sein und der nächste herring mit 191 ja moin viermal herring in folge das sieht gut aus vor allem wenn man bedenkt dass je 100 gramm herring 10er silber springt da muss man feiern da steckt eine menge schon dahinter guck mal wir haben jetzt hier drei minuten von dem herring ausgestanden 26 silber 36 44 74 75 85 94 silber in drei minuten ja man bedenke das so ein herring der zahlt nicht nur gut der sieht ja auch noch toll aus ne wenn du da mal den cash aufmachst da blitzt es dir so schön blau silbrig entgegen das ist schon das macht schon lau ne da kann man sich schon auf was freuen am ende und wie gesagt vielleicht sogar die trophäe mit dabei wenn die frequent gehen dann kann das mitunter auch mal eskalieren das hoffe ich zumindest wenn nicht für mich dann für diejenigen die das hier testen aber bei der empfehlung von dboy die reinkam schönen dank an der stelle der hat ja auch schon die trophäe damit abgehakt bei ihm ist sie um 21 uhr reingegangen wir hatten ja kurz vor 21 uhr jetzt auch dieses gros aller bisse er hat aber auch gesagt dass für die nacht selber nicht ganz so viel zu erwarten sein darf das heißt da müssen wir uns jetzt ein bisschen zurücknehmen wenn es uns richtig langweilig werden sollte können wir ansonsten notfalls auch aufgrund runter lassen wir gucken einfach mal aber das sieht schon ziemlich solide aus hier bis oh da ist etwas mehr druck drauf das oh 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 na vielleicht ein köhler wir gucken mal wir dürfen eins nicht vergessen wir haben ja 36 kilo schnur drauf ne was ist das denn das ist bestimmt ein köhler oder köhler oder steinköhler würde ich sagen shellfisch ah shellfisch hat sich so schwer gemacht 4,5 kilo ja die merkst du auch die merkst du auch so 13 minuten 12 fische davon direkt 4 in folge der hering finde ich super stark muss ich sagen es ist aber kein lump leute es ist blattfisch steinbutt ha bist du ein steinbutt mit 4,8 kilo ja morgen das kann man mitnehmen auf den real shrimp nice ha das ist super so nächster hering 264 gramm schön wollen wir mal reingucken das sieht super aus oder heringe freunde heringe das ist so schön ich warte schon eine geraume zeit darauf dass ich mal so frequent also frequent in anführungsstrichen fange es geht sicherlich noch häufiger aber was ich hier bisher sehen kann das kann mich auf jeden fall nur positiv stimmen wer weiß wie viele wer weiß wie viele heringe da jetzt schon dran waren die immer wieder abgegangen sind ich will es mir gar nicht vorstellen das ist schon schlimm genug aber zumindest ein paar davon haben wir auch schon mitgenommen oh schön 319 gramm wieder so ein schöner klasse gut leute wir stehen jetzt erneut auf der position ich habe da einmal kurz ein relog vorgenommen wir werden das ganze jetzt auf andere haken aufziehen den shrimp sozusagen neu erfinden alles beim alten nur der haken ändert sich auf aber den 30 also lang und schmal so dann gucken wir mal inwieweit das vielleicht einen unterschied macht ich kann es euch nicht sagen aber ich hoffe dass dadurch ein paar mehr fische dran bleiben ob das klappt oder nicht werden wir sehen hm was haben wir denn da eine klische ach witzig auf den jigmeister überraschungen muss es auch ab und zu mal geben wenn gleich die ein bisschen klein ist aber das macht ja nichts ok der war nicht ganz unten diesmal hat aber schon mal ein bisschen weiter oben gekriegt können wir gemütlich mit der hohen übersetzung einkurbeln 25 meter das geht schnell sehr gut sehr gut und nachts haben wir was zu tun das ist auch ein vorteil sind wir also auch aktiv damit kann man sich die zeit vertreiben und hier gibt es einen blauen wittling schöne überraschung mit 399 gramm hatte ich so auch nicht erwartet aber wie kann man den auch erwarten auf shrimp ist er gegangen da ist unser lumpi wusste doch der kommt irgendwann mal raus ist der allererste übrigens sehe ich gerade hier auch nicht schlecht gut wenn wir auf grund gehen müssen wir damit rechnen wir können ja mal über nacht auch auf 20 meter verweilen komm ich probiere das mal aus was war das was kommt da da kommt ein wittling mit 800 gramm sehr gut doch auf 20 metern bleiben das ist eine gute sache hm das ist jetzt gerade gar nicht so optimal wir gehen mal ein bisschen weiter hoch auf 15 meter ein bisschen seichter beangeln gucken wie es da so ausschaut so ein bisschen seinen charme verloren der spot wenn ich ehrlich bin ja vielleicht weiter oben ja vielleicht weiter oben herrschaften 1,8 kilo makrele das sieht schon besser aus 10 15 meter ich werde mich mal darauf einstellen ist nur ein müh höher aber scheint offensichtlich einen unterschied zu machen so auf 10 und eine halbe umdrehung sozusagen nach unten wieder ein herring wieder zu klein grrrr ärgerlich sowas nächster biss diesmal bitte maßig oh tatsächlich sehr maßig allerdings die sardine in dem fall mit 134 gramm schön gute größen ja ich bleib weiter oben weiter oben ist gut gerade da geht mehr jawoll guck mal hier 266 gramm wer braucht denn 20 meter tiefe wenn es so schön kühl ist da gehen wir auf 10 bis 15 ha das wäre doch gelacht Freunde ok sehr gut so da haben wir noch mal was zum abschluss Druck ist gut wir kriegen noch mal eine makrele zum abschluss ok dann ist es die makrele dann bleibt es erstmal bei dem nicht geschlagenen personal best 383 gramm der wird erstmal nicht überholt schade eigentlich weil diese stelle hätte das potenzial dafür gehabt nichtsdestotrotz was herring angeht haben wir jetzt in zwei stunden doch schon ganz gut was zusammengesammelt aber mit dem ganzen wind und wetter glaube ich es hätte auch noch besser ausfallen können egal wir gehen erstmal zurück in den hafen jetzt schauen uns das ergebnis an und dann wissen wir hoffentlich gleich mehr gut nach zwei stunden erfolgreichem herring angeln sind wir wieder im hafen angekommen hier ist entsprechende abendliche stimmung eingetroffen eingetreten wie auch immer man das bezeichnet da vorne hängt mal wieder was neues ein thunfisch von ralle166 mit 184 kilo wahnsinn schöne größe der hat bestimmt gut gezahlt wir gucken mal ins café rein klein fisch haben wir herring jawohl haben wir sardine ja also die beiden können wir abgeben das sind schon mal 150 silber safe jetzt geht es eher so da drum wie sind die zahlen über zwei stunden vor dem hintergrund der unterschiedlichen haken und generell also ich mache jetzt erstmal folgendes ich mache jetzt erstmal eine sortierung nach preisen das beinhaltet dann sämtliches nämlich auch gleichzeitig beide stunden da sehen wir also wir haben steinköhler mit 44 wir haben einen steinbutt mit 44 wir haben die beiden wittlinge hier einmal mit 36 einmal mit 30 1,8 kilo makrele zahlen auch 33 und hier geht im grunde das los was ich schon feiere was ich schon vorab gefeiert habe 32 32 27 27 26 22 und so weiter und so fort das heißt die sind maßgeblich hier für diesen schönen kescher verantwortlich aber eben auch die über 100 gramm sardinen die zahlen ebenfalls gut so hier noch klein viel was auch mist macht ihr die ganzen 10er rein guckt euch das an 10 10 9 also so 2 stunden erst einmal gucken wir auf die gesamtzahl und dann gucken wir wie sich das ganze aufgesplittet verhält gesamtzahl 2 stunden 1043 ok entspricht im durchschnitt zumindest einem wert von 500 was einem guten schnittwert entspricht plus wir haben sehr viel herring dabei was viele von uns wahrscheinlich noch suchen als trophäe als guten silberfisch ja aber das ist nur die halbe wahrheit wir haben diese 1043 auf zwei stunden jetzt gucken wir aber mal nach der fangzeit hier ist die erste makrele hier oben die klische wir haben bis hierhin geangelt so das ist die erste stunde das sind 629 silber merken sie was herrschaften natürlich wir sind rund 200 oder rund 100 silber erfolgreicher in der ersten stunde gewesen als das in der zweiten der fall war gehen wir das ganze nochmal hier durch zur vervollständigung die zweite stunde 413 silber ist immer noch kein schlechter wert aber lässt sich lediglich durch den schnittwert nach zwei stunden als besser darstellen die erste stunde reicht happy hour reicht und dann auf zu neuen gewässern dann auf den zweiten domen ne otro mit dr hier wir